Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächste Folge von SkyWars. Ups, ich will runter. So, und wir sind wie immer mit den guten Logas. Guten Tag. Leck dich. Danke für Erfahrpunkte. Äh, was? Hast du F? Yeh, Truhe. Das nehm ich. Das nehm ich auch. Öh, was? Hä? Hast du solche Schuhe? Boah, Junge, komm schnell. Was? Wo bist du? Unten. Ey, hier. Oh, bei uns ist jemand. Ja, sagst du dir schnell. Jawohl. Jawohl. Gott sei Dank. Dein Reichstag bin ich gekommen, gell? Drei Herzen. Hab dir was zugeworfen. Echt? Echt? Oh, 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 oh. Ich hab schöne Sachen bekommen von ihm. Muss ich bei ihm bedanken auch irgendwann. Die sind noch Dias. Ey, ich hab noch Dias Spitzwerker, gell? Ich weiß nicht, wieso er das gebaut hat. Äh, hause, hause. Oh nein, oh nein. Was? Oh. Oh, Junge, die werfen hier mit Schneebellen. Warte. Äh, hast du Diamantschwert? Ja. Gut. Ich nicht. Oh, ich hab einen Lover. Leck den Arsch. Komm. Oh, da unten ist der Teammate. Wo, wo? Wer ist er? Dort unten. Oh, der ist schon weg. Finde ich auch geil. Der ist runtergeschubst. Äh, mehr. Was? Was? Was machst du da? Willst du mich verarschen? Was? Wie wir kämpfen, mich langsam zu machen. Hab nicht so. Ja, ist klar. Und ich hab, ich hab, ich bin Schneewittchen. Ich bin voll, äh, Gerüste und du nicht. Ich hab keinen Brustpanzer. Hab einen Dia gefunden. Warte. Warte. Hast du da? Brustpanzer, Brustpanzer. Hab ich irgendwas? Nö. Oder Leder ist auch gut, ne. Leder ist scheiße. Kette hab ich. Wie viele Diaz hast du hier? Hab ich noch einen. Ich hab fünf. Oh, Mann. Ich will kämpfen. Ah, scheiße. Die haben dann Diaz gelassen. Scheiße. Kämpfen? Wo? Also. Ah, scheiße. Ich hasse es. Wieso? Leust du weg? Ah, okay. Jetzt seh ich. Jetzt seh ich. Wieso? Mann, kaputt, Alter. Hör auf! Mach mal. Na ja! Muss am Morgen machen, gell? Oh, da machen wir alle verbrennen hier. Überall. Bis er hier kommt. Oder das... Es gibt ja alleine eins. Scheiße! Oh, oh! Da kommen die anderen. Die sind voll Diaz. Super! Ich werde sagen, ziehen wir uns zurück, ok? Wir gehen hoch. Wie hoch? Voll kack, voll kack, ja. Hey, hier ist er doch! Äh... Nein! Jetzt hab ich gesagt, er habe weggemacht. Der ist über uns, der ist über uns. Hallo! Na, alle fit? Wow! Ich will nicht hier trinken. Ich will den töten. Ich wusste nicht. Die bauen sich. Ich hab keine... nix, gar nix! Ich will den töten. Komm doch! Die zwei gehen auch in der Raum, gell? Oh... Er ist runtergefallen. Echt? Töt ihn! Töten, 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 töten. Jawoll! Och, hab so'n Glück und groß. Komm runter! Alter, ich hab zwei Leben. Ich muss was fressen. Geh zurück. Warte, dass ich nicht komme auf diese Wasser. Ja, wo bist du Sebastian? Siehst du mich nicht? Hier! Ach so! Er versteckt sich. Wow! Wie? Ich hab einen! Wir... Wir haben mich dort gemacht! Scheiße! Ach so! Der Arschloch! Scheiße! Der edlinge Arschloch! Ah! Ich konnte ihn einkillen. Egal. Scheiße, ich sehe nicht. Bist du dort? Ja! Also Leute! Das war's! Und wir sehen uns nächstes Mal! Ciao! Ciao! Ciao!